Ein Volkswagen Passat ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 250.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2007. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 140 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Das sind die Runde von 100 Kilometer oder einen Schaltgetriebe ab. Das ist ein Kuss. Das ist eine Politik für die Arbeit. Das ist ein Kuss.